Hallöchen meine Bärchen und herzlich Willkommen bei einem weiteren Part mit Outlast. Beim letzten Mal sind wir hier ja runtergefallen nach dieser klitzekleinen Explosion, die ihr in einem... ...hier in dieser Zusammenfassung hattet, da ich da ein kleines Problemchen hatte. Und ich hoffe... ...dass das diesmal nicht ist. Oh mein Gott! Nein, der sieht mich jetzt nicht! Ach du meine Kacke! Kommt der wieder? Okay, der kommt wieder. Ich will jetzt auch nicht so doll die Batterien strapazieren. Ich will eigentlich nur, dass der abhaut. Kann ich da unter? Nein. Da durch kann ich nicht. Frag mich, ob ich da hoch muss. Der ist nämlich nicht hört. Shit. Wo muss ich lang? Nein, lauf, 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 lauf! Ich sprit, ich sprit, ich sprit, ich sprit nochmal! Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar, 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 alles klar. Alles klar, Speicherpunkt. Schau was. Gut, da kann ich schon mal nicht rein. Oh Gott! F***. Oh! Meine Güte! Oh, das haben wir doch letztes Mal gesehen. Eigentlich. Oh, Batterien. Sehr schön. Oh, das ist wieder ein Foto. Ja, das besteht ja... Was? Warum guckt er mich jetzt so doof an? Okay... Greifst du mich jetzt an? Ach, du wolltest da rein! Okay, 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 okay... Oh Gott! Jo! Verfolg mich nicht! Was ist los mit dem? Hi! Was ist los mit dem? Geh weg! Ich hab keine Angst, okay. Wenn ich jetzt sterbe... Alles klar, dann bin ich vorgewandt. Wirklich... Äh... Sieht der was? Sieht der was? Du siehst sordig aus. Ich muss dir ein Geheimnis verraten, okay. Du darfst dir gerne ein Geheimnis verraten, aber bitte... nur, wenn du mich jetzt nicht totest. Ich muss nur... Ja, kannst du mir das mit dir jetzt erzählen? Ich will dir helfen. Alles klar, und wie? Rede! Ja! Oh, sorry. Wollte ich nicht. Was ist denn... Ja! Dann mach es! Kann ich dich irgendwo kratzen? Ja, okay, dann nicht. Aha! Wo muss ich da hoch? Boah, das ist laut hier drin, ey. Was muss ich denn jetzt machen? Boah, das ist hier drin, ey. Wo ist wer? Irgendwo ist hier wer. Ah... Oh, muss ich da vielleicht hoch? Oh, ja. Oh, ja. Okay. Oh, mein Gott, ey. Geht's da weiter? Nein. Oh, die verrückten Leute hier! Hey! Oh, nein. Ja, war klar. Ähh... Danke. Wer fragt mich jetzt da unten? tunestig. Jetzt geht der Schubs nicht runter? Nicht vorwärts und drücke Leerkaste. Oh, ok. Batterie gibt es doch nicht, ne? Da ist wieder die... Hi. Ich leih mir das mal aus, ne? Ok. Gucken wir die zu? Ja. Machen wir jetzt kurz so mit den Verrücken mit da drin. Und wir schauen uns mal das Dokument an. Das haben wir schon lange nicht mehr bekommen. Nachruf von Doktor, Doktor, Doktor. Das ist wieder... Es gibt sogar... Alter 90. Verstarb am... In Ausübung der Arbeit... Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade mein Mikrofon voll angedischt. Tut mir leid. In Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischer und wissenschaftlichen Kreisen. durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit früheren Computerpionier Alan. Ok. Nach unmitglieden Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben. Nach... Etlichen. Achso. Jetzt hinten der Vorschung. Ausrat der Regierungen. In Mexiko zur Ruhe. Schön. In Deutschland, Amerika und dann Mexiko. Wo er sich nach... ... und der Pflege seiner Katze widmete. Oh, das ist auch was Schönes. Kurz nach dem Jahrtausendwinter kam... Ach, Colorado... ... und sich in den Wörterchen... Oh, Morkov-Korporation. Oh. Keine gute Idee gewesen, glaube ich mal. Eine Erkältung des Kon... Oh, Erklärung. Entschuldigung. Des Konzerns... ... wird als wahrer Menschenfreund... ... mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Keine Interpretation. Alles klar. So, jetzt ist die Frage... Gehen wir nach oben? Wieder zur Seite... Und ... vielleicht müssen wir nach oben. So, jetzt geht das ja auch gar nicht. Was ist denn? Da ist noch Papa Bini. Etwas schön. Dann ist klar. Das ist echt zu viel hier, Thomas. Oh Gott! Ok, 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 ok. Ah ja, meine Güte. Ja. Ja, danke, 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 danke! Gott, ey! Ah, es war ja klar hier. Oh, hallo noch da, Mann. Erschreck mich bitte nicht. Oh, du hast mich falsch gemacht, ich weiß. Ich weiß. Oh, hat er es gerade gespeichert? Ich habe es gerade nicht gesehen. Oh, nicht. Oh, nee. Da kann ich ein bisschen da runter. Ok, auf geht's! Tschüss! Wo gehen wir lang? Dunkel? Oder hell? Ja, wie geht's heller? Mit dem Flut. Wallrider. What? Ok, wir verstecken uns kurz und schauen, was wir uns notiert haben. Oh! Guck mal, wie viele Notizen hier haben, die wir uns gerade nicht angeschaut haben. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich. Scheiß Ort. Sterben gehört ja zu den weniger schrecklichen Dingen. Ok. Alle Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der sich gerne in den Köpfen von Leuten abreißt. Ernst? Aber nicht abstellen, denn ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitskontrollpunkte und ein Dänder. Was ist mit dem Problem? Ja, das würde ich auch gerne wissen, was ein Problem ist. Was ist, wenn er versucht, das zu lösen? Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkopf hat ihr Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre? Ein Geist oder ein Dämon? Etwas, das sie im Berg gefunden haben. In welchem Berg? Oh Gott, ich stelle mir viel mehr Fragen, als die mir Antworten geben können. Ich würde es gerne als... Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort ist. Ach, Schizophrenie. Ja, ok. Nevermind. Vergesst es. Ähm, Einbildung abtun. Aber ich habe es gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine Störung in der Kamera. Oder vielleicht habe ich auch langsam verrückt. Ach, werde ich. Äh, wann haben wir das gesehen, bitte? Mir gefällt die Musik nicht. Ich würde sehr gerne wissen. Wollen wir das gesehen haben sollen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Kommen wir nicht weiter. Oh. Ein Loch. Müssen wir da etwa weiter? Ja. Ich schätze wahrscheinlich ja. Oh, schön. Wir haben ja sonst nichts anderes zu tun, als eine Kandidation zu geben. Oh. Oh. Gute Idee ist. Scheiß, dunkel dunkel. Ja, ich mag die Musik nicht. Hört auf. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Gute Idee. So. Bevor wir das machen, sind wir sehr lange sicher. Oh, tja. Hören wir auf. Es ist heute eine etwas kürzere Folge. Aber ich denke mal, wir werden nächstes Mal sehr viele spannende Sachen erleben. Vorhin so eine Kanalisation, die direkt mit so einem Ding verwuschtelt ist. Wird lustig. Wow. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben noch ein schönes Wochenende und eine schöne Gruselzeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ich nochmal anmerken wollte, ich streame ja relativ regelmäßig in letzter Zeit. Dort interagiere ich sehr oft mit euch im Chat. Und manchmal spiele ich auch mit euch, wenn wir z.B. CSGO spielen oder LOL oder Rocket League. Und ja. Es macht immer sehr viel Spaß mit euch. Dafür danke ich. Auf jeden Fall kann ich euch da gar nicht genug danken. Ich weiß nicht. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal voran vorbei. Ich packe, so wie immer eigentlich, den Link mit in die Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim Stream oder beim nächsten Video. Habt noch ein schönes Wochenende und bis denn. Tschüss.